ja moin willkommen zurück zu black geyser careers of darkness wir sind wo sind wir wie heißt das noch mal im tal des singenden bäume haben wir letztes mal eine nebenquest bekommen bzw angefangen wir sollen dem meerhexer helfen herauszufinden was die als opfer darbringen soll wir mit jedem gesprochen aber wir wissen es noch nicht mal gucken wo wir es rausfinden wir haben hier noch was zu entdecken auf dieser map also schauen wir mal gibt es ja noch diesen zirkus oder was auch immer das ist ok muss anni was geht grüße fremder vergebt mir aber mir geht es nicht gut wir benötigen hilfe beim schutz unseres lages bis wir wieder reisen können es sieht aus als werde in eine hinterheit geraten was ist passiert goblins sollte jabbar auf dieser handelsroute beschützen aber diese kriechenden mistviecher haben mich überrascht ich bin selbst schuld daran weil ich nicht richtig aufgepasst habe ich hatte die singenden bäume noch nie zuvor gesehen und war wie verzaubert sie wollten die pferde ich habe versucht sie davon abzuhalten aber es waren zu viele sie haben mich überrannt dafür müssen sie müssen sie alles sterben werde diese grünen die bevor ich aufspüren spüren in welche richtung sind sie gegangen elinuator sei dank wenn sie wenn seine leute ihn brauchen steht er ihnen bei die goblins haben sich mit den pferden gen südosten aufgemacht sie sind zwar schnell aber zu dumm um ihre spuren zu verwischen noch ein quest welche waren ich würde mir da will mir deine waren anschauen donnerschleim kugel kugel zwei bis vier hitze 1 bis 2 hitze warum sollte man donnerschleim nehmen warum macht der hitze schaden obwohl es donner ist hä chance dem ziel kleiner blitz zuzufügen brennend zu wirken rost gebundener tomahawk wurf axt greifen lichtungs versteck in der verteidigung noch mal rosenammerit aber sieben kugeln gut das bringt nicht sonnenstein und schlag hitze chance dem ziel geblendet zuzufügen die besser ach wir haben genau die gleiche hast du die gleiche das macht stich schaden okay wir lassen das mal und kaufen hier never nee westliche lamellen rüstung geschickt körperliche verfassungen stopp ich kaufe die feuerkugel wir kaufen einfach ganz viel kugeln noch alles ach nee nicht du ja mal genug geld sonnenstein für dich und noch mal normale money na ja ja auch nachts aufs brauchen wir alles nicht einfach weg so so ring der verteidigung quats stein sonnenstein ballast immer rein du nimmst diesen djinn ne donnersteine genau ist okay die restlichen feuerkugel das ist mal okay was ist mit dir? ah stein meister finden okay okay dann ist es abgemacht ausgezeichnet sobald ihr alles mit einem stein meister geregelt geregelt habt kehrt ihr mit dem kaufbeweg zurück er wird die unterschrift des stein meister tragen und dann entschädige ich euch und lege noch etwas für eure mühen drauf allright noch eine nebenquest möchte gerne markieren danke okay aber erstmal gehen wir die grüne plage genau goblins ausrotten goblins ausrotten hä hä muzani sagt ihr dass die goblins das lager in richtung südosten verlassen haben ja hier ist ja nix hä ich spreche noch einmal mit dem oh wir tragen zu viel okay ich meine helgen haben ein bisschen munition weil er viel tragen kann sie trägt sie zu viel okay kannst du uns noch irgendwas sagen nee sie ist noch nicht da hast du noch was welche waren nee du sagst auch nichts mehr okay da müssen wir halt zum garten der lüste so südosten müsste ja hier irgendwo sein ab zum garten der lüste komisch dass das nicht aufgedeckt wird jetzt müssen wir wahrscheinlich für die natürlich auch noch was machen in bezug auf die haupt quest damit die dann deren gold helfen wenn sie ihnen überhaupt helfen können weiß das ist anscheinend eher ein zirkus mediziner zählt beikämpfe museum höhle der gewürze und wo ist jetzt hier ein stall meister hier ist das mediziner zählt bricht mit alumu im großen pavillon ok blutige angelegenheit und anscheinend einige operation durch ich gehe im uhrzeigersinn bürsteher wir dürfen aber rein tänzerin besucher 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 leibwache hier ist nichts ad kendall die schmiede er der schmied aber geschehnte panzerrüstung der pyro cluster hello 7000 das nehmen wir doch aber mal halbgürtel der macht hoffen wir auch kriegsgeborenes bollwerk oh ja wow gibt's denn hier alles ey plattenrüstung haben wir ja rüstung des treuen knappen schicker gladiatoren kürers voll plattenrüstung die noch mal besser ist alter ok und jetzt erst mal das für helgen h hüftgürtel der macht war da jetzt der pyro cluster warm will ich das großer schild mittlerer schild gibt körperliche verfassung ja für ein blutgewand leder rüstung kannst du hier was er kann keine großen schilde ok du wirst auf plattenrüstung kannst du nicht plattenstolpen kannst du plattenstolpen anziehen haben wir schon an ok klingen knack outfetzer wurfwerfer können wir nicht nicht keine zweihändige waffe schade für dich irgendwas wenn sie irgendwas anziehen nein nein ok war schon nice auf jeden fall bämm kriegst oh boy oh boy bis zwei zu körperliche verfassung geht da gar nicht äh kriegen wir ja nicht äh dann gebe ich dir das vielleicht ja du kriegst zwei zu körperliche 820 ist wahrscheinlich maximum ok all right ist hier irgendjemand nö so wir können natürlich die sachen noch verkaufen bei dem schmied züchterin züchter auch keiner mit namen äh wo war der schmied war ja greetings so ähm weg weg scheiß auf den gürtel man weg ok lagerzelt ups nein ich möchte alle so ich muss sagen ein bisschen nervt es mich dass helgen irgendwie auch so viel schaden macht weil er tankt halt alles und macht schaden aber was wollen wir machen finden halt keine geilen zweihandwaffen für arvex jetzt batman was ist das zelt des blutleckens oder blutbefleckens blutbeckens ja ich weiß warum das zelt des blutbeckens heißt da möchte ich ganz gerne wieder raus äh ja nicht unbedingt so richtig einladend höhle der gewürze da bräunchen was hast du es ist ein händler der nicht handelt ok da ist zählt tinkturen ada das museum zelt der zweikämpfe salben und heilzeug und so da ist jemand das reicht jetzt ihr könnt wieder eure keulen polieren und blut aus eurer unterwäsche bringen euer vorlautes mundwerk könnt ihr euch noch in schwierigkeiten bringen ist es das was ihr zu sein glaubt ärger ihr seid so gruselig wie ein aufgebracht eine aufgebrachte ganz seid ihr allein vielleicht möchtet ihr mit uns reisen ihr werdet von vorteil falls wir uns jemals auf schnelle feinde machen müssten aber was genau treibt ihr durchschreibt ihr das land und stellt dumme fragen bis euch jemand eine münze zu wirft damit ihr verschwindet und ich nehme an ihr steht in einem besonderen auftrag des königs findet ruhig heraus wie oft ein esel von wespen gestochen werden muss bevor er umkippt huch sieht aus als hättet ihr schon wieder versagt der war gut ich konnte sogar ein wenig sehen wie er gestochen wurde in euch steckt wohl doch mehr als segelmehl hey warum schließen wir uns nicht zusammen ihr profitiert von meinem scharfen verstand und ich kann einen weiteren warmen körper zwischen mich und all die wütenden bauern schieben die man entscheidend überall auflauern ja in ordnung ihr seid zu viele okay das ist anscheinend potenzieller na ja es ist alter potenzielle potenzielles party mitglied meine fresse er sollt die sagen alle nix ausrufe kann ich da alte besser abstand in diesen kleinen lichtstahl gesehen der war bestimmt ein todesstrahl ich hatte nicht mehr solche angst seit ich mein erstes feuerwerk gesehen hat wisst ihr was wirklich beeindruckend wäre zu sehen wie sich diese narren gegen einen hungrigen hund verteidigen würden ouch das hat sicher wehgetan habt ihr jemals gesehen wie funken über einem lagerfeuer aufsteigen denn genauso sieht das hier aus anscheinend können wir hier nichts machen ja gut dann und bei ja stallmeister ein stallmeister dann in dem großen pavillon an ich stahl bursche würde gern ein paar junge pferde für einen händler kaufen der im tal der singenden bäume in schwierigkeit geraten ist ihr findet ihn am nördlichen rand des waldes werden kürzer einen reiter mit einem gespannen los schicken ok wir können falschen den preis auf 200 senken ich glaube nicht dann halt nicht ernsthaft jetzt können wir ok dann haben wir das auch und in der nächsten folge gehen wir dann in den großen pavillon gucken ja da so drin ist was alu mut zu sagen hat vielen dank fürs einschalten hoffe es hat euch gefallen entschuldigung ich bin müde ein wenig ja schaltet auch beim nächsten mal wieder ein würde mich sehr freuen bis dahin macht's gut habt noch einen schönen tag tschüss